Hallo Frühe, wir haben diesen Rad hier schon mal gehört und unsere Sportler des Jahres 2018 zu lehren. Der Sportler des Jahres war Daniel Franziskus, der heute leider nicht spielen wird. Das Talent des Jahres war Jundi Knau und im Anfang des Jahres war der Vorfeld und ich sprach auch ganz kurz vor dem Vorfeld über. Und heute ehren wir in diesem Rahmen die Sportlerin des Jahres 2018, wir danken die SRHV, das hat diesen tollen Rahmen gelehrt. Und ich möchte aufrufen, die Sportlerin des Jahres 2018 zum ersten Mal überhaupt eine Schiedsrichterin, unsere Top-Schiedsrichterin in Schleswig-Holstein, Susanne Kuckel. Applaus 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 Ich freue mich hier auf SRV, ich bin auf unser Weg, auch wenn das auch in diesem Jahr eingeschmiert ist. Vielen Dank und alles Gute heute, viel Erfolg und ich übergebe den ganz üblichen Meier heute Hausherr hier auf der Lunde. Ja, Jürgen, vielen Dank für deinen Übergang. Du hast gesprochen von erfolgreichem Schiedsrichtern im SRV und ein besonderes Ereignis möchte der SRV hervorheben. Johann und Peter, wenn du wieder auch einmal kommen könntest, das hier sind wir am Wiederzieher von dem Urlaubweil. Röchner und uns seitens des SRV recht herzlich bedanken für eure tolle Leistung beim DFB-Gruppallenspieler Frauen in Köln. Das habt ihr gesehen, tolle Leistung für die, das zeigt auch, dass wir in unserem Land ganz tolle, männliche Schiedsrichterinnen haben, die auch eine höhere Dank wissen. Vielen Dank dafür und ich lasse dir diesen blumen Strauß überreichen. Vielen Dank für eure tolle Leistung. Vielen Dank für eure tolle Leistung. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017